Ihr wollt also einen Lady-Wi-Fi-verrückter Rückblick? Na also, los geht's! Ein ganz normaler Tag in der Schule. Alia ignoriert die Lehrerin und schnipp-schnapp testet einen neuen wissenschaftlichen Weg, um rauszufinden, wer sich hinter Ladybug verbirgt. Moment, Chloe? Nee. Schnell zurück, hinter den Schrank ganz leise und... Was? Das ist Ladybugs Marienkäfer-Dings. Alia muss es Marinette erzählen. Hier ist die Mailbox von Lady... Marinette, hinterlasst eine Nachricht, piep! Wie nervig! Naja, was soll's, Nino? Ich erzähl es dir, ich weiß, wer Ladybug ist. Chloe. Chloe, echt jetzt? Und jetzt erzählst du mir gleich noch, dass du Rena Rouge bist. Komm schon, du Dummerchen! Mal schauen, was Marinette so macht. Hey, aufwachen! Ach, das ganze Rimmhüpfen als Ladybug macht so müde. Und jetzt auch noch Hausaufgaben. Oh nee, wer schreibt mir Notizen auf Französisch? Ruf an und ich sag dir, wer Ladybug ist. Was? Ruf an, Girl! Mittlerweile spioniert Alia Chloe weiter nach. Aber scheint darin sehr schlecht zu sein. Ich, ich hab kein Foto gemacht. Ich hab nicht mal ein Handy. Hey! Chloe macht natürlich ein großes Drama draus. Sie hat mich ohne Make-up fotografiert. Meine Haare sahen komisch aus. Und sie hat keinen Filter benutzt. Keinen Filter! Oh Alia, wie konntest du? Du bist suspendiert. Das ist so unfair. Ich laufe jetzt traurig und sauer weg und hoffe, als nächstes passiert nichts Schlimmes. Hallo, Harkmoth. Wir möchten deine wunderschöne Stimme hören. Hallo, hallo, Test, Test. Lady WiFi, ich gebe dir eine neue App für dein Handy. Was ist alles? Nee, ich bin heute nicht sehr kreativ aufgewacht. Ich bin Lady WiFi. Ab jetzt werdet ihr verpflichtet sein, alle Videos vom Direktor und seiner Katze zu sehen. Wie heißt die Katze nochmal? Knudelflöckchen. Oh nein, wie schrecklich. Ticky, wir müssen was dagegen tun. Ladybug, dreht, dreht, dreht sich um. Uff, mir wird schon schwindelig. Alle rennen weg. Nur Adrien geht erstmal aufs Klo und macht einen auf. Gestiefelter Kater. Äh, ich meine Cat nur. Und trifft Ladybug auf dem Dach. Ladybug? Aber ich dachte, die soll ich sein? Hallo, blonde Haare. Und außerdem stolpere ich nie. Sie ist bestimmt eine von diesen Ladybug-Cosplayern, die man online sieht. Ja, das ist ein ziemlich cooles Kostüm. Aber nicht, wenn Chloé es trägt. Hallo? Haben sie einen Blitz bestellt? Blitz und zack, da ist Lady WiFi wieder. Chloé rinnt weg und Lady WiFi benutzt die Hogmoth-App. Freeze! Aber blam! Ladybug und Catmour sind da, um Chloé zu retten. Obwohl es Chloé ist. Hm, noch eine Ladybug und eine hampelnde Katze? Ich mach euch fertig mit meiner App, die rosa Kreise schießt. Pew, pew, pew. Ladybug wird getroffen und Catmour ausgesperrt. Jetzt schnell noch die Streaming-App anschmeißen und ab mit der Maske. Hey, ist die festgeklebt? Deine Superkräfte sind einfach schlecht. Hey, es ist nicht einfach, sich jeden Tag neue Superkräfte auszudenken. Hallöchen, störe ich? Ja, geh weg. Ich muss kurz wie ein Bösewicht lachen. Aber was sie wirklich zum Lachen hat, wissen wir nicht. Denn Ladybug und Catmour sind ihr auf den Fersen. Catmour muss nur die WLAN-Antenne kataklymisieren. Und das war's. WiFi ist gecrasht. Ihr wisst, was als nächstes kommt. Miraculous Ladybug. Es ist immer cool, das zu sagen, wo bin ich? Das war schon wieder nichts. Ich geh in die Badewanne. Und wieder ein Tag geschafft, ohne dass die Geheimidentität aufgedeckt wurde. Hey, willst du mein neues Handy sehen? War ein super Angebot mit unbegrenztem Platz in der Fotocloud. Guck mal. Hey, warum hast du so viele Fotos von meinem Häschen? Häschen? Meinst du nicht? Kätzchen? Miau. Das war's. Welche Folge aus Staffel 1 sollen wir als nächstes machen? Schreibt es in die Kommentare. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.